um er hat was ab ab das ist die Tee oder proponenten und das muss ich machen und vor allem wird es ja doch nicht was spielte vom Moment und links weg Man kann echt nur eine legen? Ne, ich hab, ich hab was gefunden. Ha! Nö! Geli, dich kriegen, Alter. Leut, ich bin doch gar nicht drin. Oha, mein. Ei, ich hab was gefunden. Oh, Speed. Hä? Oh, what the fuck. Tja, ich kann zwei legen. Es ist mir doch egal. Ey, kann man durch Bomben durchgehen? Ich weiß nicht. Ja. Der Wacker will mich töten. Der Wacker will mich töten. Das ist wirklich. Ich kriege dich. Ey, das ist scheiße. Ich hasse es jedes Mal bei Bomben, wenn ich nur eine Bombe habe. Ich mach dich weg. Yo! Oh, 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 oh. Das kann nicht reichen. Ich muss auch fahren. Nö, nö, nö. Hä? Kann ich schon wegkicken? Nein. Ja. Auf was? Scheiße. Nein. Am holy fuck ich bin auch gestorben. Das müssen wir jetzt drücken. Classic, ich bin Classic Special. Okay, du hast mich getötet. Classic Special. Ja, okay. Ich hab mich selbst gekillt. Kann ich versuchen nochmal? Ich bin Zeitermann. Ich mach euch schwierig. Let's go, let's go. Let's go, let's go. So, der Bako ist jetzt gleich schon neben mir. Ja, ich bring dich um. So. Ich trau ein Weitel. Was war das denn? Hör, was ist das denn? Hör, was ist das denn? Speedert. Hä, was ist das? Hä, ich hab keine Bombe mehr. Hä? Nein. Tja. Da warst du. Du musst die anderen finden. Scheiße. Nicht zu weit. Was geht denn jetzt bei dir nicht? Da ist ein Map, finde ich nicht. Lad einfach bei Workshop Melone. Guck ich dir danach, finde ich. Melone. Irgendwas, gib einfach Melon an. Was? Ha, ha. Was? Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Techno, ich, diese komischen Kisten, die da manchmal sind mit so nem komischen, keine Ahnung, Symbol drauf. Ja. Ah, die explodieren doch richtig. Ups. Okay, ich hab die noch nicht mal gesehen, das ist echt. Ich bin einfach nur gestorben. Guck mal, Nino, die Falle gesorgt. Guck mal. Ach so, ein Disco. Ne. Oh, das kann ja Jahre dauern. Wie kann man die wechseln? Kann ich wechseln? Äh, entgegenlaufen. Was hab ich denn da getan? Was ist das? Keine Ahnung. Lauf mal rein, dann siehst du es ja. Lauf, lauf mal rein Techno. Ich bin tot. Lauf mal rein. Hä, wie kann man die wegkicken? Muss da ran laufen. Also muss drei Sekunden warten und dann gegenkicken. Ja. Hä? Hä? Haaah! Hab ich gewonnen? Wieder Special. Classic of Special. Hä, aber, aber was passiert? Ist doch gar nicht explodiert. Du musst erst mal X klicken auf das Fenster. Kann ich nicht. Hä, bei mir ist nichts gewesen. Keine Ahnung. Hä, du hast dich selbst getötet. Also irgendwas muss ja sein. Du musst auch erst mal aus dem Workshop raus. So. Welcher für dich? Next time. Ey, warte, warte, warte. Alter. Scheiße, das ist ja so schlimm. Wie mach ich weiter? Alter. Wer ist denn da? Wer ist denn da schon zusammen? Okay. Ich hab mich selbst gekötet. Okay. Ich hab mich selbst gekötet. Oh nein! Okay. Hab ich schon gewonnen, oder was? Wer lebt noch? Oh, super schlecht, ey. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Nino, ich komme. Oder wer lebt noch? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich dachte, du musst gegenlaufen irgendwie, Farmer. Doppelkrieg, glaub ich. Nein, ich glaub, ich glaub, du musst ein Special-Item oder so einsammeln. Ey, warte, mit wem bin ich hier jetzt gerade? Welche Farbe will ich? Ich bin rot oder blau. Typ, wir beide sind tot. Oha. Hat doch nichts. Oh Gott. Scheiße. Und ich kann euch nicht sehen, ey. Wir haben Fenner, Alter. Wir sind groß, Techno. Oh, scheiße. Hallo. Wir sind groß. Alter. Ja, aber... Oh, nein. Na, ja. Ja, ich hab gesagt, mach nichts. Du hast selber Rumpen gelegt. Ja, weil du gelegt hast. Nein, du verdammte Scheiße. Oh, wär ich mal überstehen geblieben, ey. Fuckin, ey. Oh Gott, ey. Gary ist ganz rechts. Okay. Hast du das jetzt auch drin? Ja, ich hab's endlich geschafft. Ja, ey, sag mal. Was hast du denn für Bomben? Was hast du denn für Bomben? Ja, genau. Ja, aber was für welche? Die ziehen die ganze Reihe durch. Krass. Ja, die schweißen. Hä? Hey. Hey. Hey, Junge. Alter, sogar meine normalen Bomben waren schon so extrem, oder was? Ja, ich denk mal, weil das... Ja, ich denk mal, weil die direkt mit explodiert ist. Vielleicht kombiniert sie sich zusammen. Oh, endlich alleine, ey. Oh, endlich alleine, ey. Ich bin, glaub ich, nicht alleine. Ich bin, glaub ich, nicht alleine. Ich steh'n einen drinnen. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Wer ist denn wohl? Wer war das? Was machen die denn? Mann, ich denk das zu einkriegt. Ach, Mann. Ich hab's nicht gesehen, ey. Wer hat das gesehen? Oh, ich hoffe, das reicht. Oh, ich hab's leider nicht gesehen. Ihr wart unter mir, aber es ging zu schnell. Oh Gott. Der hat in der Mitte. Also, wir waren aber nur ein X, ey. Und er legt genau in der Mitte eine Bombe, aber wir konnten uns nicht mehr bewegen. Oh Gott. Ich will das extra nicht, wenn wir hier in einem Raum sein. Oh Gott, ey. Was hast du dir dabei gedacht? Oh, scheiße, scheiße. Nein. Gary, bist du das ganz oben? Ja. Oha. Oh, diesmal wird's losgehen hier. Diesmal geht's ab. Ich töte dich. Bruder, ich lauf erstmal weiter. Oh, nee. Oh, ich hab... Wenn nicht jemand wieder so eine verfickte Bombe hat, so eine... Fette, aggressive... Ja. Dann bitte warten. Nein! Warten. Nein! Ah! Ich hab nicht aufgepasst. Ich... Ah, wie geil. Ach. Aber gut zu wissen, die kann ich also schießen. Ich hab nur grad auf die Satellitenschüsse geachtet. Scheiße. Einfach gegenlaufen, die. Der geht aber nicht. Die Satellitendinger, doch. Die mit der Satellitenschüsse drauf. Ach, nur die. Was für eine Reichweite haben die denn? Hast du das gesehen? Ja. Die waren halt ein bisschen krass, ne? Aber gegen die Schwarzen kann man nicht laufen, wenn die Satellitenschüssel haben. Hä? Was für eine Schwarzen halt? Die kann man nicht verkicken. Was ist das? Wer ist denn da? Wer ist denn der Lilane da unten? Ich... Ist das Lila? Ich weiß es nicht. Hä? 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 Der Latt sich überbehinderte. Als was er sich bezeichnet. Nur weil er fahren möchte. Das sind Behinderungen. Hä? Nein! 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 Oh mein Gott! Er ist so wieder tot! Nino killed by themselves. Mein Alter! Eigentlich stand ich aber voll weg von der Reichweite, oder nicht? Na ja. Nein! Nein! So. Schön wieder eine doppelte Modona eingesammelt. Yeah! Zuck! Fuck! Zack! Boah, Bomb Kick. Ach, ich habe Bomb Kick jetzt eingesammelt. Oh! Was ist Bomb Kick? Na ja, ich weiß nicht, dass ich sie wegstoßen kann. Ich versuch's mal. Ich werde mich nicht verfallern. Tatsächlich, ich kann sie jetzt wegkicken. Alter, alle leben doch. Deshalb hab ich doch gesagt, man muss halt so ein Item aussuchen. Boah! Oha! 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 Alter! Schau halt in, deine Charakter hat sich aus wie so eine Idee. Ich sterbe jetzt! Oha! Explodieren die Dinger hier auch irgendwann? Ja toll. Ach! Der Rechtsklick! Deine sind auch schon verworfen. Holy shit! Alter! Ich mach euch alle fertig, ne? Wusstet ihr das schon? Alter! Und was bin ich gestorben? Alter! Hier kurz, du kannst drei Bomben in einer Reihe legen. Holy shit, ey! Alles klar! Genau! Was soll das denn? Hat man nicht für immer? Man hat ja für immer! Oh! 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 Wie denn das? Wie denn das hat jeder mal gewonnen? Wie denn das hat jeder mal gewonnen? Für mich sah es aus, als Zerbacro sich selbst... Alle haben jetzt einmal gewonnen! Ach, kann das sein, dass er vielleicht meine Bomben getroffen hat? Kann sein! Oh, gut! Wer bin ich hier drin? Wer ist grün? Ich? Warte mal! Ich bin blau oder so! Okay! Ich bin für eine Chance, Gary! Du gehst oben lang, ich geh hier lang! Oh nein! Oh, du bist ein Wichser, ne? Oh, Mann! Oh! Scheiße! Oh! Oh, ich hab's getötet! Ja, ey! Du weißt auch, dass man... Oh, Mann! Du kannst die erst wegkicken, wenn du das Item hast! Ja, ich weiß, ey! Ich dachte, ich hab's getötet! Ich hab's getötet! Yes! Okay, Gary ist fast gestorben! Ja! Okay... Papa... Oh, nein, 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 nein! Das war's, der Radio ist hoch! Ah! Oh, das geht noch! Hier läuft manchmal so ein bisschen disorientiert rum... Oh, jetzt bist du tot, der Radio! Nein! Nein! Oh, Mann! 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 Du musst mal ein bisschen mehr Power einsammeln! Versuch ich gerade! Oh! 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 Nein! Okay, Gary ist... Leider! Oh, Mann! Wieso kann man durch manche nicht durchlaufen? Durch manche doch... Nein, das funktioniert nicht! Es hat irgendwie... Das ist halt schon mittendrin! Alter, also, kann man jetzt durch die Melonen durchlaufen? Nein, geht nicht! Also, zumindest ging es bei mir nicht! ab hier kann es auch immer noch ja vielleicht hat er ein item eingesammelt oder so doch das war ja okay es sei denn irgendetwas eingesammelt wir können das ja gleich mal überprüfen ja ich auch was ist das hört ihr das was das für ein geräusch ich glaube dann hast du noch nicht mal eine chance ich habe zu gewinnen ja das stimmt jeder hat bis dahin da hab ich schon da hab ich schon da hab ich ja schon zwei ich hab hier alles in oh wer ist denn hier bei mir wo bist du denn die dinge hoch alter ich bin irgendwie hochgerutscht alter ich hab gar nichts in der luft wer will mich da unten killen ich mit deinem ernst oh fuck das habe stark getan scheiße alter ich hab mich selbst getötet ich hab mich auch selbst getötet das ist ein das ist so geil das war so geil Nina warst du grad ganz oben links oh nein oh mein oh mein ach man ey was hat das denn Bomben die explodieren richtig ah oha das war nein scheiße es passiert nix warum passiert nix ihr müsst rechtsklick machen ist jetzt schon wieder das erste okay muss man rechtsklick machen bei diesen links ja das erste ist oben leute könnt ihr nicht sehen das ist auch mit der satellitenschüssel das wenn du rechtsklick machst dass die explodieren das ist jetzt schwieriger vor der ein paar Hälfte hier bestehende Grüne Helgert meint sich die andere Charaktere nein vor Ort das ist so stunden ich hab gedacht die geht noch nicht los oh nein da war ein scharfer fleck ich dachte es wäre gerade die färder auf kleinen flecken hier jetzt muss ich die mauern hier zerstören das dauert ja ich krieg mal mehr power dazu man braucht richtig ich tüte mich ich tüte mich also das war nicht gut ja ich habe vergessen ich habe damit gerechnet dass ich weg kicken kann diese menschen was für menschen ich sehe tote menschen nein das sind wenn man gestorben ist dann erscheinen manchmal so eine komischen großen figuren auf dem spielfeld und unten links das ist das profilbild das war geil was wollen wir spielen wieder wie kann man die sachen aufheben erst einmal was andere was das denn ring of wards with a too wide gap in between ja machen wir einfach mal oh wer ist denn das schon der ist der blaue da oben Prozent Prozent der Eno kann sein dass ich glaube wenn ich die Ola Liga an den 0 die Klinik haben sind wenn ich da gerade immer sie mit Nino Lader war sind für ein blauer Ding da ich habe ich bin halt da schade das ist gefährlich der rote hat die großen wo hat die großen und die großen Ich habe die Blickbomben! Shit! Muss ich die auf E aufdrehen? Da hast du gewartet. Wut, 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 was ist das denn? Alter, wer nicht dieses Scheiß, Digga? Wer ist der grüne Mensch hier? Ich? Alter Scheiße! Oh, shit! Man kann ihn doch nicht mal mehr wegkicken! Kommen wir, einer hier zu nahe! Kommen wir zu nahe! Alter, wo ist der Wixler? Was denn? Ich kicke doch nur! Schrecklich, schrecklich! Ach, der Nino lebt auch noch, oder was? Ja! Meine Teile haben übrigens Kraft aber, ne? Ja, das stimmt! Wieso? Ein Sammel, ein Sammel, ein Sammel! Wieso habe ich mich dicht? Och, Mann! Scheiße! Ich bin nicht reingelaufen! Wo bin ich reingelaufen, Mann? Ich hab keine Ahnung! Ich hab gewonnen! Ja, Mann! Nicht möglich! Das war Zufall, das war Zufall! Oh, nicht auf höchstem Niveau, Junge! Das ist jetzt nicht schlecht! Ja, Mann, Mann! Nochmal! So, jetzt aber! Boah, ganz alleine in der Mitte sein ist auch geil! Ich häng' fest! Warte! Lernst du spielen, Junge! In der Mitte, in der Mitte liegt ne Dreierbombe! In der Mitte liegt irgendwas mit ne Dreierbombe! Hallo! Hast du die Ruhe, Gary? Gary, du bist das! Zeig mal, was ist das genau? Genau! Kannst du jetzt drei Kinder legen, oder? Oha! Oha! Schnapp Wacko, los! Wacko, kommst du! Nein! Komm uns näher ran! Los, los, los! Er hängt in der Klemme! Ja, ich bin aber nicht schnell! Dann hol dir mehr Items! Schnapp sie ihn weg! Du kannst mehr Bomben legen! Mehr Bomben legen! Ey! Und hoch! Oh! Pass auf, du kriegst mehr Power! Oha! Lass mal einen da links! Links! Den Kategorien! Ja! Mit Westkrieg kannst du den zünden! Oha! Oha! Scheiße! Oha! 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 Da hat jemand ne Megabombe! Nein! Fuck is that! Oha! 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 Scheiße! Du musst die ganzen Sachen einsammeln! Sammeln ein! Sammeln ein! Alles einsammeln! Oben die Sachen! Oha! 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 Du hast verloren, Geraldine! Du hast dich zu stressen! Ach, Pierre! Du hast mich getötet! Nino hat mich getötet! Der Pierre hat locker gewonnen! Jaaa! Er hat die dicken Bomben! Das ist scheiße! Sag niemals nie! Aha! Pierre ist der Camper! Ne! Was soll ich denn hier machen? Nino wartet nur, dass ich rausgehe! Ich bin tot! Geraldine ist das! Achso! Ja! Es wird kleiner! Geraldine! Lass es! Lass es! Er muss runterkommen! Er muss runterkommen! Er muss runterkommen! Ansonsten stirbt er! Pierre ist der Ram! Ja! Pierre ist der Ram! Ist ja eigentlich ne einfache Lösung, wie er da rauskommt! Oh! Was? Oh Gott! Oh, Pierre alter! Ich hab vergessen, dass ich ne Superbomb war! Naja! Hatte ich auch gerade gehabt, mein Makro! Ja! Ganz ehrlich, das kam so unerwartet! Also! Take no bug! Oh Gott! Take no bug! Es wird ganz schön schlecht, ne? Fuck you! Ja, komm! Das ist ne Zufall da! Wie Zufall! Aha! Oh, Alter! So, wer ist denn der verfickte Grüne da? Oh nein! Okay! Ich krieg die Gatter! Fuck you! Fuck you! Wo willst du denn hin, Digga? Ich hole mir alles! Wer ist denn da eigentlich in der Mitte? Ich! Kann ich denn überhaupt wieder raus? Mann ey! Ja klar! Ach, Pierre bist du abgehauen! Angsthase! Oh, geil! Ich hab jetzt nie! Oh, geil! Ich hab jetzt nie! Da hätten die Megaball geschossen! Sieg durch! Oh! Mann, ich hab bisher erst noch gar nichts in! Oh shit! Nein! Du bist tot da unten der Grüne! Ja! Der ist tot! Ich hab's nicht gesehen! Ich hab's nicht gesehen! Warum legst du ne Waffe? Ich hab's nicht gesehen! Wieso bin ich gestorben? Like a boss! Ich hab auch keine Ahnung, warum ich gestorben bin. Wieso bin ich gestorben? Weil da ne Bomben lag, du Trottel! Oh shit ey, ich kann mir alles einsammeln! Die Elektur ist wahrscheinlich einfach nur wie Bomben und drückt einfach nur rechts und hofft, dass ihr was drückt! Richtig Taktik! Ja genau, Taktik! Alter, das war richtig Taktik! Abakos bist jetzt das schlechteste! Hä, ist bei mir hier oben? Ähm, ich... Ich krieg euch noch! Ich geh runter! Du gehst oben durch! Oh oh! Ach, das ist nicht spannend! Nö! Na los, komm! Ich geh dir ein bisschen schneller! Ja, ich töte mich wieder selbst! Oh ne, doch nicht! So! Schön sagt man! Also ich hab's jetzt noch nix gefunden! Oh Gott! Ich find einiges! Ja, jetzt so langsam! Oh Gott! Na Pierre, was sollst du machen, ne? Ich muss in die Luft springen! Oh Gott! Shit! Auf der Leertaste kann man auch Bomben schießen! Äh, dafür! Tschüss Pierre! Oh stimmt! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Ich hab's gefragt! Fuck fuck! Puh! Ich muss auch gucken! Auf was kann man noch von der Leertaste machen? Bomben! Danke! Oh jetzt zerstörst du das Item! Oh, danke! Ha ha! Danke! C'mon! So, satisfy mich denn da umbringen! Oh Gott! Tch! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh oh! Nein 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 nein! Nein 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 nein! Ich hoffe das stirbt jemand, ach verdammte Scheiße, es geht langsam zu. Wie bin ich gestorben? Ich hab's nicht gesehen. Wer legt denn hier noch? Ich. Also, treffen wir euch die Blöcke und wir sind tot. Boah, das war krass. Ich glaub zu schnell. Okay, ich steck fest. Ich kann nicht so machen. Ja, ich hab gewonnen. Lass es können. Okay. Okay, gleich starten. Alter. Ich hab einfach auf Glück alle Bocken gelegt. Hab man gemerkt. Aber es hat funktioniert. Oh man. Na, wer ist denn der Lila? Ist das gar nicht da unten? Ah, es kann ja noch nicht sein. Ninos erfahren blind. Danke Nino. Ach Nino. Ach Nino. Du Scheiße. Sehr schön. Reif. Speed ist auf jeden Fall immer gut. Hallo. Na, wie geht denn dir da unten, ne? Na, wer möchte ich denn killen? Hier. Nein, ich töte mich selbst. Ich bin tot. Ich glaub nicht. Ich hab's noch geschafft. Gute ist Tyknos afk und lebt immer noch. Ernsthaft? Wie echt? Ja. Oben rechts. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh ja. Oha. Nino, ey. Ich bin tot. 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 Ich war schon fast bei Tick. Bei mir sind gerade Items aufgeplatzt. Da bleib auch auf. Ja. Okay. Komm mal wieder. Hast du den ringelaufen? Ja. ab wo er sich mit dem Wettbewerb aber das ist wie bei dem Wettbewerb und wie sie hätten jetzt der Stiftung das stimmt das ist das du hast die Welt die Ja, Thilo. Tick, ne? War ein gutes Spiel. Wäre gut sogar. Alter, Nino, warum ist denn ein Ping so hoch? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ja, also. Oh Gott, mein Thilo. Was hat das zu bedeuten? Ah, okay, es ist Tick, ne? Ich tötete Tick. Der Tick ist weg gerade, ich tue bei mir. Hey, wie kommt das? Weiß ich nicht. Schlechte Internetverbindung. Oh ja, die habe ich. Hast du doch, oder nicht? Schlechte Verbindung, ja. Ehrlich? Ja. Nee, ich spiel mit. Komm, man muss eigentlich raus? Ich spiel mit dem WLAN-Stick. Ja, du musst diese... Ja, ich spiel mit dem WLAN-Stick. Ja, ich spiel mit dem WLAN-Stick. Ja, du musst diese... Ja, ich spiel mit dem WLAN-Stick schaffen. Nein! Sehr schön. Was soll das denn? Ich werde... Ich kann mal ruhig ein bisschen schneller pippen. Oh, Alter, das hört sich ja schon fast so an wie zur Bestvernacht. Nein! Hilfe! Nee, ich spiel mit dem WLAN-Stick. Scheiße! Kann ich hier, ähm, Bomben weg, äh, äh, schicken? Ja. Nee, Hilfe! Oh, ich hab mich ja abgesperrt. Verdammte Scheiße! Vielleicht kann ich mir jetzt eine WLAN-Stick lösen, ich werde doch gleich voll verlieren. Also, wenn mich jemand töten möchte, dann möge er bitte nach ganz unten links kommen. Ich hab mich hier eingesperrt. Nein! Oh, weg! Oh, Scheiße! Ich muss sie doch irgendwie einsammeln können. Ah! Nee, Scheiße. Ah! Oh, nein! Ich hab mich jetzt selbst getötet. Ich wollt einfach mal ein paar Tasten ausprobieren. Oh, fuck! Ja, Nino, tschüss! Nö. Alter, Nino! Du kannst froh sein, dass die keine Kraft haben. Oh! Hab ich einen getötet? Nee. Nein! Level bort sich zu. Nino, ich bin verlierst. Hä? Was denn? Hä? Ich hab gewonnen. Wie bin ich gestorben? Ach so, Pierre, du warst was. Ich war doch an der Ecke, oder nicht? Okay, Pierre, gleich startet wieder. Was ist denn mit Tidu jetzt los? Der ist auf der Liste gegangen. Der ist gut rutschend. Das heißt, knacken. So, gleich nochmal. Für so ein Spiel brauch ich einen Controller, ey. Ja. Besser. Das ist angenehmer. Ach, quatsch. Ah. Ja, ich hab die fette Bombe. Ich werde jetzt alle sterben. Oh ja. Boah, die Kneipp. Hältst du das? Ja. Das bin ich. Hörst du schwach an. Hm, pass auf. Jetzt noch mehr. Fässer, Alter. Boah. Aber die Explosion ist jetzt dermaßen stark. Nein, ich hab mein Team getötetet. Beziehungsweise zerstört. Eifer, ja, Mann. Schnell, du lebst noch bei ewig. Scheiße, ich hab mich vielleicht einmal getötet, weil Tick-Lock kam. Oh, da soll ich ihn töten. Töte doch weiter, Lacken. Du hast ihn getötetet. Oh, er wird nicht getötet. Eifer, er wird nicht getötet, er wird nicht getötet. Pia. Hä, wie schießt der denn hier mit Bomben? Bin ich explodiert? Gerardin. Boah, das habe ich geklärt. Ach, jetzt tötet ich mich. Okay. Oh, mein. Und wer hat bis jetzt am besten gespielt? Ich. Nein, ich. Also die, die drei haben, sind am besten. Ja, ich war jetzt gerade drei Runden nicht da. Ey, komm. Ja, wie er gerade drei bis zwei Runden war das. Diese Ausreden, ne? Echt mal. So, let's go. Und rechts neben mir ist einer. Das bin ich. Siehst du blau? Ach, guck mal, er muss da töten wie weh. Gerne doch. Scheiße. Ach, wer ist denn das da? Ich tötere auch. Ja, genau. Ich würde aufpassen. Ich tötere. 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 Oh, meine. Oh, Alter. Danke. Das war bei mir aber auch gerade. Oh, nein. Alter. Ich hab vergesst, dass meine Reichweite so groß ist. Ich hasse den Bopper, man, ne? Ich unterschätze immer, wie weit das geht, ey. Was hab ich getan? So, Zicklo, wie fühlt sich die anderen schlechtesten Spieler? Fuck you. Hey, ach so, ihr wollt Classic machen? Warum Classic? Das stimmt, ihr seid alle auf Classic. Wird schon kratzahle. Könnt ihr mich lesen? Oh, ja. Ich bin mit. Nein, ich werde schon mit ihr da. Ich mach oben rechts, der andere woanders. Oh, nein. He looked here by themselves. Extra! Ich dachte, das war meine Bombe. Alter, stimmt's doch auch von der. Nein, ich dachte, ich kann die wegkriegen auf der Taste. Oh, mein Gott. Hä? Nein. Ja, Mann. Jetzt sind die dunklen Schüsse bis da. Oh, Ticklo, der kommt knapp, oder? Ach, easy, Junge. Ja, da war etwas von mir. Das ist schwer einzusammeln, Ticklo, ne? Ja, Mann. Okay. Ticklo, ich fühlte sich an als schlechtester Spieler. Ja, Mann. Ey, da, das... Ey, ne. Ich... Ich war oben. Also... Du brauchst direkt auf meiner Höhe. Also... Ich bin bis jetzt der Beste, ne? Ach, ja. Tja. Ey. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich weiß, was ich tue. Ich... Ich war so voll... zwei Abstände mäßig weiter. Und dann hab ich größte Schwarz gemacht. Okay, das ist jetzt welche. Ey, das ist... Du bist so ein... Ach, scheiße. Ich hab gedacht, du hast... Nein! Ach, ich hörte meine... Oh! Ja, oh Gott! Scheiße! Was ist denn das denn? Wie übere wie ich grade? Alter, war ich grad schon fünf, ey. Tja, ich bin der Beste. Warum? Ja, okay. Ist egal, ich war auch grad so drauf. Oh Mann. Nein, ich bin auf Alert-Taste gekommen. Wer ist der Grüne über mir? Ich. Guck mal, wir haben mich töten, ey! Der Herr hat mich vorhin gebeten. Danke dafür! Ja! Vor allem zum Anfang hin bringt das überhaupt nichts. Man ver- 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 Oha, Kampf der Giganten jetzt. Machst du schön gute Items? Äh, jaaa kann man so sagen. Da gibt's die schwarze Bombe. Ehrlich? Naja, vielleicht tötet er sich ja selbst. Das kann ja auch passieren. Echt nicht doch so. Uah, ich hab... ik hab dem?! Uff! Ich habe mich vor selbst gekillt! C- Dann würde ich ein inst 건데Nein sammeln hallo oh ich hab schon wieder alle Eizeps gestört oh pass das war knapp jetzt auf oh ich muss auch passen du bist ja die fette Bombe kicken ja ich auch ok das war's hast du nicht oder? das war's Backgrund abwarten abwarten besser laden abwarten ey komm doch nicht bei mir rein nö 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 Alter ich mach dich fertig du machst dich nicht fertig glaub mir ja oh doch ich mach dich fertig ich brauch nur die Bombe ich glaub jetzt sitzt er her nö 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 warte auf du musst hoch du musst hoch die Bände kommen nö 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 ich brauch viel zu lange nö 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 Nein, geht ja nicht. Ach ja, stimmt ja. Ach schade. Oha. 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 Geil, geil, geil. Und Techno, wie ist es, drei Punkte zu haben? Ja, nice, ne? Da ist ein Stein. Naja, ey, das war aber echt knapp. Soweit sind wir bisher noch gar nicht gekommen. Ja, wenn ich in P-Lock gelebt hätte, Junge. Ja, und ich, ne? Und dann wäre Gerardin gekommen und hätte noch zwei... Wie konntest du das jemals? Ich konnte es gar nicht aussprechen. Was heißt Line-Bomb? Naja, die hier. Kannst du gerne noch hintereinander machen? Ne, kann ich nicht. Ne, ja, weil ich einen noch eingesammelt habe. Aber ansonsten ging es nicht. Alter, sind hier scheiße items, ne? Gar keine. Ich habe auch fast doch gar nichts. Ich auch. Speed, Speed up für mich draußen bald. Hm. Kann ich. So. So, und einen anderen Weg frei mal? Alter, ich hab doch nicht mal eine zu gute Wassermelone. Nein! Ey, du hast... Egal. Alter, von Nino. Nein, ich bin in meiner... Weiß mir. Alter, ich... Aber ich steck dann irgendwie in der feste... Von 022, das ist immer unter ohne... Das bringt dir überhaupt nichts, ey! Scheiße! Oh nein! Schon wieder gewonnen. Scheiße.